Mein Lenkrad lebt! Nen Wunder ist geschehen! Aaaaaaah! Das 10 Jahre alt ist zwar... Das 10 alte Jahre alt ist zwar... Mieter-Puft oder Hardsoft? Also, k-k-k-k-kannst du das Improven, dass es gut funktioniert? B-bist du dir da ganz sicher? Also, ja, nur ob mir ist das gefahren, aber ich glaub's nicht, ich mag den Harten nicht. 40, 46 Ich mag den Harten nicht. Ich glaub das ist minimal langsamer und halt bisschen unsaver, weil am Ende du boxst ja... Warte, ändert das was? Gleichzeitig, wenn ich halt Hardsoft fahr, dann... Wenn, dann müsstest du Runde 23 boxen. Meint das Game, dass das am schnellsten ist? Hab ich halt mehr... Ne, ich hab Medium Soft geübt, ich fahr Medium Soft. Fuck it. Wie viel Fuel nimmst du mit? Ich glaub ich nehm sogar 2,8 Runden. Ah, ich nehm nicht ganz so viel mit. Ich will ähm... Ich hab immer beim Üben sehr viel verwendet. Ich werd viel Benzin... Ich werd wenig Benzin brauchen... Oh, wir starten auf 11 und 12... Wie steht's denn eigentlich bei Bayern Dortmund? Oh, ist das der Herr Biden im Hintergrund? Wait, ganz schön. Wait, ganz schön. Nein, ich... Ich schau grad... Ich schau grad... Oh, Bayern führt 2,3... äh... 3,2... Ja. Hm. Was schaust du? F1 eSports läuft das gerade? Oder was? Ne, ich hab äh... GT Hotlab gerade geschaut. Wie viel Fuel nimmst du dann so mit? Ich nehm... Ich nehm... Plus 1, weil ich denke, dass ich viel mit Lean hinter irgendwelchen Leuten herfahre, die ich denke, dass ich sie nicht überholen kann auf geraden. Stimmt... Ich fahr mal mit Plus 2. Weil es wird vielleicht uns helft kommen und ich will nicht dann mit Plus... Ah, okay, ich nehm doch mehr mit. Ich nehm plus 2 mit, das sollte eigentlich passen. Wenn... Jetzt am Anfang, wenn ich bis dann Lean fahre... Ich... Ich... Ich hoffe, dass es passt, weil eigentlich bin ich immer... Äh... Irgendwann bin ich ins Minus reingekommen. Irgendwie... In den letzten 5 Runden bin ich mal Minus. Seid ihr bereit? Ja... Wir warten noch auf... Mein Lenkrad lebt seit ner halben Minute wieder. Ich muss jetzt noch testen, ob Frau ist Feedback und alles. Okay, jetzt... Oh, die Scheid... So... Ich mach jetzt alles zu, dass alles schön... Dass alles schön blickdicht ist, dass ich nur mein Screen... Mein First Screen als... Mein Augenwinkel hat dann passt das. Powered as a party and not a gang. Mhm, 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 mhm... der hintere linke reifen hat 55 grad ganz wichtig nicht bereit drücken wir beten marvin das funktioniert und dass ich durchkomme okay ja ich bete auch das ist kein wind der mensch bekommen ich meine durchkommen dass bei ein spiel nicht wieder abkackt und dann müssen wir noch kein wind der mensch bekommen wir den verkehr den wir um uns haben wir hoffen wir beten ich hoffe wir können uns gegenseitig ziehen sobald ihr bisschen für er haben wenn wir wenn wir die erste gruppe haben damit wir damit wir schnell zu kommen und wir machen da die runde 20 oder 21 19 wir schauen wie die situation ist oder also einer kann rund 20 ich habe den button gepusht aber du bist zeuge er hat gesagt es geht los und erst danach habe ich gedrückt ja muss die zeit gucken auf deine reifen stimmt 55 grad habe ich ja auch aber es geht um die anderen die sich extrem abkühlen ich werde das kostüm gut ich werde das kostüm Wir werden noch einen Moment reporten. Guck deine Reifen auf die Temperatur Ja ich bin jetzt hier da 80 Grad der Zeit Das ist nicht viel Ja vor allem mit den Mediums Ich habe Poweraufwärmen gemacht Ich habe jetzt 90 hinten Ich habe 86 und 88 vorne und 86 und 90 hinten Ich habe nur ganz zum Schluss Poweraufwärmen gemacht Habt ihr gut lang Ich bin übrigens direkt hinter dir Habe ich doch WTF warum bin ich gerade in der Copycam gewesen Inside or outside was safe Ich bin einfach keine Flüge schaden Ich will auch Durchgekommen alles Ich bin einfach Ich bin einfach Ich sehe Ich wurde alles kompromisiert, ne? Ich auch, Vater Ich glaube, ich hätte ein bisschen mehr Fuel mitnehmen sollen Okay, du bist in der Top 10 Liga Pusht an Overtake Ich fahre mal an, Ginikari kommt vorbei Ist ja wichtig Liga kommt da auch noch Oh WTF Ich habe es auf Cam, Liga, da hat sich da übelst reingequetscht SPIT Bist du weg? Nein, ich bin nicht reingefahren Liga, du bist so ein Vollpfosten Aber ist nicht meine Schuld Doch, du bist da zu dritt reingegangen Warum machst du das, du dummes Kind? Weil ich euch...